Wir wissen alle, dass Scarlett Johansson sexy ist. Aber wie sexy ist sie wirklich? Sexy genug, um den Titel Esquire's Sexiest Woman Alive zu erhalten. Die 28-jährige Schauspielerin erhielt den Titel bereits 2006. Sie sagte der Zeitschrift, dass sie sich jetzt ranhalten muss, denn alle Rollenangebote seien werdende Mamas. Der Titel scheint die Krönung ihres momentanen Erfolgs zu sein. Zwischen den Filmen hat sich der Star im Sommer mit einem französischen Journalisten verlobt. Sie gab auch preis, dass sie bis jetzt immer dachte, sie sei keine eifersüchtige Person. Das änderte sich aber wohl mit ihrem momentanen Verlobten. Sie sagte, dass sie zuvor nie so viel in eine Beziehung investiert hat. Sie hatte eine Reihe von Beziehungen mit anderen Stars wie zum Beispiel Sean Penn und Jared Leto. Und da war auch Ryan Reynolds, mit dem sie verheiratet war, bevor die beiden sich 2010 trennten. Egal wie, sie ist einfach heiß.